Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI2, dem Ombibus Simulator, wir... Hallo? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wir haben hier einen Fahrrad, der ziemlich penetrant ist und natürlich erstmal ein Ticket haben wir. Und das wollen wir eben auch geben. Wir wollen die hier auch verkaufen. Das ist ja unser Job. So. Hallo. Hallo. Und wir haben immer Kneeling an. Weil es irgendwann mal... Es gab immer wieder Kommentare, Ansgar, mach doch mal Kneeling an. Ja, das mache ich jetzt. So, dann wollen wir mal weiterfahren. Wir müssen gleich mal die Ansagen wieder richtig einstellen. Das ist aber schnell gemacht. Das ist aber hier eine Herausforderung, hier vernünftig rumzukommen. Passt das alles? Ne. Alter, ist das bergig hier. Kann man auch mal Kickdown hier anwenden. Nächste Halterstelle, Wilhelm Leiteweg. Ja, da haben wir jetzt hier alle Systeme, die es irgendwie gibt, haben wir jetzt hier aktiviert. Bisschen wie der Take-off beim Flug, ne? Auch komplett einmal durchstarten, damit man irgendwie den Abflug bewältigen kann. Ja. Jetzt beruhigen wir uns hier mal. Wir wollen ja nochmal ankommen. Ist das wirklich so bergig? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So. Wir müssen das echt gleich zurückstellen, weil hier ist nämlich die Endhaltestelle von der Straßenbahn. Ich weiß nicht, fährt die hier tatsächlich auch? Ist die als Modell irgendwie da drin? Ich habe gelesen, irgendwann, dass da irgendwie umgebaut wird. Dass die dann nach Langendrea fährt oder so, ne? Fand ich ganz gut. Ich finde es ja immer gut, wenn Straßenbahnstrecken gebaut werden. Weil ich glaube, dass man mehr darauf setzen sollte. Ich glaube nicht, dass die Zukunft ist, dass jeder mit seinem eigenen Auto überall immer hinfährt. Sondern eher, dass die Zukunft ist, dass man mit Bus und Bahn fährt. Aber dazu muss man halt mal investieren. Das habe ich auch gehört hier. Der Bund hat einen Haushaltsüberschuss. Das könnten wir ja gut mal in Bus und Bahn investieren zum Beispiel. Eigentlich wollten die ja nur keine neuen Schulden machen. Jetzt können sogar alte bezahlen. Vielleicht bleibt ja noch ein bisschen was übrig für Bus und Bahn. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland im Moment neue Straßenbahnstrecken? Also, welche kennt ihr da so? Was wird im Moment so gebaut? Wird mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr auch Links zu irgendwelchen Artikeln oder so. Ich schaue mir das immer mal an. So. Hier ist die Haltestelle. Höhentrop Kirche, genau. Wir müssen mal einmal hier aufmachen und dann geben wir die Linie nochmal ein. Habe ich nicht aufgemacht? Wollte schon sagen. Hallo. 0, 8, 9. Nee. 1, 2, 3, 8, 9. Hallo. Ich habe auch einen Namen, aber Herr Busfahrer ist auch okay. Hallo. Nächste Haltestelle? Renfrandweg. Nächste Haltestelle? Nächste Haltestelle? Hörneburg. Hörneburg. Da waren wir auch schon. Hörneburg. Nächste Haltestelle? Hörneburg. 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 Nächste Haltestelle? Hörneburg Kirche. So, da sind wir gerade. So. Ein Ticket. Ein ganz einfaches Ticket. Hast du eingeschlafen oder was? Ich verwende nicht mein Ticket oder was? Bist du irgendwie... Bist du dumm oder so oder mich hier so anzuquatschen von der Seite? Also, der Mann hier macht's hier, seinem Ruf alle Ehren. Da kommt jetzt von Halikon irgendwie so ein Pack mit Kurt Sauer raus oder so. Habe ich gesehen. Das wird glaube ich auch ganz witzig. Ich fand das letzte KI Pack ein bisschen teuer. Sowas kann man gut für 99 Cent verkaufen, finde ich. Da wird man, also ja, da wird man dann natürlich als Entwickler und Publisher nicht reich mit, aber ist ein nettes Ding. oder meinetwegen 1,50. Aber dann... Nächste Haltestelle? Also ich werde Kurt Sauer auf jeden Fall mal anschauen. Denke ich. Sobald er hier draußen ist. Kommt glaube ich noch im November. 50 sind erlaubt. Dann gucken wir auch, dass wir die 50 erreichen hier. Achja. Oh, wir müssen ja immer... Wir sollten ja immer rechts fahren. Guten Tag. Buongiorno. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen allerseits. Etwas übermotiviert sind sie. Ich habe letztens erlebt, das würde ich auch mal... Der hat den Fahrgast, hat den Busfahrer gefragt. Ja, fahren Sie über die und die Haltestelle? Und dann hat er so überlegt... Während des Fahrens, ne? Also der Busfahrer musste sich irgendwie aufs Erfahren konzentrieren. Hat so überlegt und... überlegt... Nächste Haltestelle? Wilhelm Leiter. Und dann hat er gesagt... Nee, da fahre ich nicht drüber. Aber man merkte... Ihm sagte die Haltestelle was. Ähm... Nur er konnte nicht ganz zuordnen, wo das jetzt ist. Und war sich sicher, auf seiner Linie ist es nicht. So. Dann hat er es dem Fahrgast gesagt. Der Fahrgast... War dann irritiert und irgendwie auch sauer, dass er dem diese Auskunft gegeben hatte. Und... Dann hat er mit seinem Kumpel oder so... Also es war ein ganz normaler Mensch, ne? Ein ganz normaler Mann. Der da... Der Fahrgast. Und dann hat er mit seinem Kumpel oder mit seinem Freund oder keine Ahnung was telefoniert. Und hat dann... Ähm... Sich am Telefon... Über die Auskunft des Busfahrers aufgeregt und... Meinte... Ja, der Blödmann von Busfahrer hätte ihm hier was Falsches gesagt. Also... Ähm... Und... Dabei... Dann stellte sich raus, das war überhaupt nichts Falsches. Der musste einfach nur umsteigen einmal und dann in eine andere Richtung weiterfahren. Also... Im Prinzip war alles richtig. Und es war tatsächlich auf seiner Linie... Nur dieses Blödmann hat der Fahrer gehört. Und das fand ich wirklich unfair. Ich meine... Der Fahrer hat nichts Falsches gemacht. Aber dann... Da als Blödmann bezichtigt zu werden... Ich meine... Der... Fahrer saß ganz hinten. Aber wenn man... So laut telefoniert, dass der ganze Bus mithören kann, dann... Hört der Fahrer das natürlich auch. Weiß nicht, ob das gewollt war oder nicht. Aber ich nehme einfach mal an, dass das gewollt war. Das sind immer so Sachen, das verstehe ich nicht. Wo auch sein lassen eigentlich, ne? Die Sinn mit... 1,5 Minuten, das ist noch höflich. Das gehört zum guten Ton, so. Ne kurvige Fahrt. Also... Ich muss ja sagen... So bisher... Finde ich die Linie... Von dem fahrerischen Anspruch mit den ganzen Kurven und so... Eigentlich echt ganz gut designt. Aber... Baulich ist das jetzt nicht die Creme de la Creme... Der Omsi-Szene, ne? Wir haben keinen Haltrund. So kommen wir weiter. Äh... Ist nicht die Creme de la Creme de la Omsi-Szene. Und vor allen Dingen wurden natürlich relativ viele Standardobjekte verborgen. Das... Das stößt ja vielen von euch immer auf. Also das ist auch eine berechtigte Kritik dann irgendwo. Aber... So von dem Anspruch... Wie gesagt... Also... Umsteigemöglichkeit in den Regionalverkehr der Deutschen Bahn und Abelio. Schreckte Krise. Schreckte Krise. Hat keine Augen im Kopf oder was? Also mein junger Mann. Sehen sie nicht, dass hier ein Bus kommt? Juckt den nicht. Nächstes Mal gehe ich hinterher. Ja... Unmöglich. Wattenscheid. Das ist ja auch ein relativ bekannter Bahnhof. Ich glaube da gibt es immer noch so Streit ob Wattenscheid jetzt eigentlich zu Bochum gehört oder nicht, ne? Hatten wir einen Haltewunsch? Ne. Hallo, hallo, hallo. Dürfen wir auch Hallo zu uns sagen. Was ist hier links los? Die parken ja einfach auf der linken Seite oder? Stellt euch vor, ihr habt ein Fenster. Ja? Und dann sieht das so aus. Seht ihr das hier links? Ja. Was haben sie so für einen Ausblick? Für einen Ausblick? Ja, zur Hälfte Straße, zur anderen Hälfte einfach Gestein. Fußweg. Ja. Oh, das ist schön. Ja, da will ich ein bisschen einziehen. Also das ist natürlich nicht so schön, wenn man dann Häuser nimmt, die ein bisschen runter setzt. Und dann aber nicht so runter setzt, dass es passt, sondern dann halt so runter setzt. Das sind halt so Sachen, da vermisse ich so ein bisschen. Aber Gladbeck hat glaube ich auch ehrlicherweise nie damit geworben, jetzt zwei Strecken zu bauen, die hoch detailliert und total sauber gebaut sind. Sondern hat immer mehr auf Masse gesetzt. Das heißt, hier gibt es ja 20 oder 30 Linien oder was zu fahren. Ich weiß, vielleicht sind es auch weniger, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber schon sehr sehr viele. Und dafür sind die dann halt nicht so ganz hoch detailliert gebaut. Finde ich fair. Weiß ich nicht, ob der Preis dann immer so angemessen ist. Wobei man natürlich sagen muss, hier kommen jetzt KI-Busse mit. Hier kommt der C2 mit. Hier kommt der normale Citaro, also die ältere Generation mit. Und hier kommt dieser Solaris Urbino mit. Also es sind schon mal drei Bus-Modelle. Wovon der C2 und der andere Citaro da okay umgesetzt sind. Aber jetzt, also grad soundmäßig jetzt nicht super doll. Auch hier ne. Das ist halt echt blöd. Und... Muss ich auch kurz... Hier sind... Da geht es jetzt hoch und vielleicht ist es auch schwierig zu bauen so was. Kann ja gut sein, aber... Da ist jetzt so, dass die Türen... Eigentlich nicht, also die Läden kann man nicht betreten. Ich mein... Das sind alles Kleinigkeiten, aber in der Masse macht das Fenstern eben doch auf. Also da müsste man irgendwie die ein bisschen hochsetzen. Oder keine Ahnung wie man das machen kann. Ich bin da kein Map-Bauer, aber... Selbst aus dem Bus sieht man's halt. Und ich will die Map jetzt auch nicht haarklein hier auseinander nehmen. Das äh... Will der Map auch nicht gerecht werden. Beziehungsweise ist jetzt nicht mein Anspruch, sondern... Ich sag immer nur das, was so auffällt. Hier... Sieht man's zum Beispiel... Auch ganz lustig. Hier ist der... Hier... Steht das Auto und dann... Guckt man hier rum und hier... Sieht man hier steht das Auto auch. Ist ganz witzig. Muss ein Zufall sein. Egal. Also, ja... Das vielleicht schon mal so als Vorwarnung. Viele von euch gucken ja auch die Videos und sagen dann... Oh, kaufe ich mir's oder kaufe ich's mir nicht. Das Add-on ist halt eher dafür... Für die Leute gedacht, die auf viele Linien stehen. Und da auch viele Kurven und enge Kurven und so fahren wollen. Die werden damit glücklich. Diejenigen, die sowas wie Hamburg... Hafencity wollen. Zwei Linien. Und dann... Aber wirklich mit jedem... Bekannten... Monument... An der Strecke. Die... Wären hiermit vielleicht nicht so glücklich. So. Wie sieht's aus hier Ampel? Wollen wir nochmal grün werden oder... August-Bibel-Straße? Ist das denn August-Bibel mal gemacht oder? August-Bibel-Platz hier. Aber wieder Straßenbahnhaltestelle. Guten Tag. Kommen Sie rein in die gute Stube. Hallo. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen. Nee. Eine Fahrradkarte brauchen sie dafür. Wird immer lustig, wenn Leute... In die Bahn oder in den Bus kommen. Da vorne gehen sich ein... Ticket drauf und weil sie mal... Ins Kino wollen oder keine Ahnung... Abende und sonst in die Bahn fahren und dann da ein 50er hinterhalten. Da sind die Bahn- und Busfahrer immer völlig überfordert. Und dann ist es... Ja, wie soll ich Ihnen das denn wechseln, Mensch? Das geht nicht. Müssen Sie wechseln. Dann müssen Sie immer durch den ganzen Bus oder durch die ganze Bahn tingeln. Könnte jemand von Ihnen wechseln? Ja. So. Gaststätte zur Spitze. Das ist ja eine interessante Konstruktion hier. Einmal Preisstufe A bitte. Einmal Preisstufe A. Ich habe irgendwie mal gehört, dass der Felix spielt hier auch... Seinen... Seinen Auftritt haben. Wo bleibt mein Fahrschein, Busfahrer? Das ist der falsche Fahrschein. Okay. Sind Sie eingenickt? Ja. Gut, er kann. Sind Sie eingenickt? Du musst hier... Das Einzelticket Kind. Hallo? Ist das das Richtige, ne? Ey, hallo. Da hast du. Jetzt willst du auch noch Rückgeld haben. Ich dachte, das gilt als Trinkgeld. Danke. Darf man Trinkgeld als Busfahrer nehmen? Ne, ne? Bestimmt nicht. Naja, aber ich denke, das ist eine ganz gute Frage zum Ende der Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.